Hallo aus Bali! Ich war leider so irgendwie gesundheitlich in diesen angeschlagen die ganze Zeit, deswegen habe ich keine Videos gemacht oder ich habe eigentlich nichts gemacht außer gearbeitet und rumgelegen und gegessen, aber sonst war ich nicht so fit. Aber jetzt ist wieder gut, deswegen nutzen wir den Tag heute ein bisschen. Ich hoffe, der Ton ist nicht so schlimm. Ich bin in Canggu, Canggu heißt es glaube ich. Canggu oder Canggu? Auf jeden Fall bin ich jetzt an der Kiste. Hier ist das Meer und ich bin glücklich. Endlich das erste Mal mehr seit längerem. Zumindest das erste Mal mehr auf Bali jetzt. So, also im Prinzip ist Bali ja schön, aber der Verkehr ist die Hölle. Teilweise richtig lange Staus. Zum Glück kann man mit dem Motorroller so ein bisschen dran vorbeifahren immer, aber es ist stressig und laut. Ubud. Mir persönlich sind mal wieder zu viele Touristen. Der Vorteil ist, dass das Essen sehr gut ist. Wenn ich nochmal nach Bali kommen würde, wahrscheinlich nicht Ubud. Ich bin froh, dass ich nochmal ein bisschen Sonne hatte, ein bisschen Strand hatte mit dem Meer. Hat mir sehr gut getan. Das werde ich vermissen. Und dann geht es nach Bangkok und ich befürchte, da ist nicht so gutes Wetter mit viel Regen. Aber gut, es sind nur zwei Tage. Und dann Deutschland. Für wenige Wochen. Ich weiß inzwischen, wo es als nächstes hingeht. Das wird sehr spannend. So, gute Nacht. Bis, naja, bis, bis. Gute Nacht.